Ich muss jetzt dafür abgaben, das ist ja alles. Aber heute so. Oder heute so. Danke, du musst arbeiten. Schuhe und schön. Schuhe und schön, was ist da? Oder gar nicht. Ja, morgen mit Resultaten grenzen. Oh, ihr wisst bescheid, ne? Ich sag, ich sag, ich sag, es ist die 5.000 Euro. Okay. Achso? Ja, du kriegst aber einen anderen Termin. Willi hat zwei Termine angenommen, einmal bei Bremer und einmal bei uns. Bremer hat die Landesaufscheinung und wir stehen hier und er sagt, irgendwie tut das. Ich sage, ja, dann habe ich ja den Helfertermin auch. Wir können auch neue Helferscheine gemacht werden. Ja, gut, das verlängern aber auch neue. Und darauf hin, dass er will. Jetzt muss ich ihn erst mal kriegen, damit ich mache das jetzt erstmal. Und ich gebe dir sofort Bescheid von der neuen Familie. Also eher natürlich muss ich zurückziehen von den Landesaufscheinungen. Ist das von der Kirche? Macht ihr noch was zu verkaufen? Ja, das ist schon mal schön. Du weißt, was du gewünscht findest? Ist er auch fitter als du. Das ist schwer. Aber ich will ja mal sagen weiter. Es ist keine Kunstfüter zu breit als du. Den sagst du mir einfach Bescheid? Ja, das ist gut. Ja, genau, ja. Ich nehme mir, ich soll mir den Knoblauchsalat nachnehmen. Wie viel ist das geschoben? Hier ist es gut. Geht das mit Salat? Ja, das ist die Schwiegermutter. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Wer war da? Ja, der ist schon so was. Ja. Auf einmal kommt er nach Hause. Die Schwiegermutter. Ja, Mann, der Schöne Mann. Und ich bin mir da schön gefühlt mit ihrem Kind. Oh, ja, ja. Und sie hat immer schön gefühlt. Und alles erzählt. Ich bin mir da schön gefühlt. Ja, der war bei mir. Du, 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 ich schon nicht gegessen. Du, 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 du. Ja, ich bin mir da schön gefühlt. Ich freue mich, dass wir uns am nächsten Samstag denken. Ich freue mich, dass wir uns am nächsten Samstag haben. Ja. der Wer drinnen? Der macht das seit 40 Jahren. Zeig mir mal welcher, wie eine Brüder. Der letzte Moistano. Der letzte Moistano. Der letzte Moistano. Der letzte Moistano.